Einen schönen guten Morgen. Ich habe hier eine schöne Erdbeerlampe. Eine richtig süße kleine Tischlampe ist das. Einziger Makel, den sie hat, ist, dass kein Timer vorhanden ist. Ich finde die wirklich sehr schön. Die leuchtet ganz toll, hat ein richtig schickes Licht und das zeige ich euch auch gleich. Ich wollte das kurz sagen. Hier ist noch eine Bedienanleitung im Lieferumfang enthalten. Die einmal in Englisch und einmal in Asiatisch ist. Im Grunde genommen ist aber diese Lampe so selbsterklärend, dass man da eigentlich gar nicht rauf gucken muss. Also wer diese Sprachen nicht versteht, für den ist das jetzt kein Drama. Weiter ist im Lieferumfang enthalten dieser Ladekabel. USB-A für die Steckdose und USB-Mikro kommt hier hinten in diese Lampe rein. Dann legt man sie auf und dann kann man sie ohne Kabel beliebig überall auf den Tisch stellen und mitnehmen. Ganz super. Hier ist ein Ein-Ausschalter und der muss erstmal aktiviert werden, also im Prinzip ein Aktivschalter. Und dann kann man von hier vorne aus die Lampe in, ich glaube drei Stufen waren das, schalten. Ich zeige euch das gleich jedenfalls hier. Den Körper kann man abnehmen, das sieht man auch in der Beschreibung des Händlers. Da seht ihr diese LEDs, die hier drin arbeiten. Acht Stück sind das und die geben ein super Licht durch diese schöne Erdbeere. Kann man wieder rauf machen hier, einfach rauf drücken und gleich drehen. Zack, ist es wieder dran. Ich sage ja, so ist sie richtig schick und richtig süß. Ganz toll. Wenn die noch einen Timer hätte, wäre es noch schöner. Und hier mache ich auch noch aus. Dann müssen wir hier anschalten. So rum. Und durch einmal tippen geht sie an. Zweites Mal tippen wird sie heller. Drittes Mal noch heller. Und dann aus. Ein wirklich schönes Stück. Aber ohne Timer irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Deshalb muss ich sagen, für diesen Preis hätte ich schon einen Timer erwartet. Das ist das Einfachste, was man mit einbringen kann. Okay. Ansonsten aber wirklich hübsch und sehr empfehlenswert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.